So Chef, was sehen wir hier? Einen leeren Papierkorb sehen wir hier. Nur Wohlstandsmüll drin. Drogen, Scheiße, Aluminium, was auf Bäumen wächst, wie wir ja alle wissen. So, und warum ist hier kein Papier drin? Warum ist kein Abfall drin? Kann ich euch ganz genau sagen, warum da kein drin ist. Weil jeder seine Scheiße überall hinfeuert. Das liegt neben den Hauseingängen, das liegt auf Spielplätzen, die Hunde scheißen alles voll, die Besitzer machen die Scheiße nicht weg und ich trete rein. Was kommt bei raus? Die Welt geht in den Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr müsst aufpassen, ihr müsst Obacht geben, ihr müsst Verantwortung übernehmen. So wie ich, ich schmeiß hier ohne Ström. So wie ich, ich schätze, ihr müsst. So wie's, ich schätze, ihr müsst hier ohne Ström. So wie ihr könnt. So wie ich sollte jetzt noch ein Problem umýalayieren, um своих enemies zu einer работern. Vielen Dank.